Ich begrüße Sie herzlich, liebes Publikum! Ja, für wahr, ich bin der leibhaftige Ballettprinz und ich möchte Ihnen gerne meine Tanzmanns vorführen und Sie werden stammen, wie virtuos meine Ballettbeine singen und Sie, Gratius, meine Pantonie, meine Arme, bitte gerne! Okay, ich bin jetzt mit meiner Ballett-Joh! Vielen Dank, bitte gerne! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Und, hat Ihnen mein Ballett-Tanz gefallen? Schön zu hören! Welch bombastischer Applaus! Auf Wiedersehen! Au revoir!